Das ist ein langer Hohn. Ich gucke hier vorne noch mal eins kurz, ob ich da Munition finde. Weil die Shotgunen waren natürlich schon sehr effektiv gegen die Jungs. Oh, hier ist noch eine Karte. Hier kommen wir noch mal nach oben. Ich glaube so mit Rauchgranaten und Blendgranaten, wenn wir in der Vögel fand es mit dem Organikon oder Flammenwerfer ist Quatsch. Irgendwie ein Molotow-Cocktail, jetzt kannst du alles fassen bei denen. Noch ein Stück Karte, schön. Wohin fragt mich allerdings. Okay. Hotel The Bank House. Geh auf. Nein. Okay. Und voll daneben geballert. Schade. Nein. Mann. Echt jetzt? Kann ich jetzt eh eine Chance in dem Moment noch Namen haben? Und daneben geballert. Ich bin noch so ein... Oh. Mann. No. Oh. Schießt auf mich? Alter Boah, hab ich jetzt hier verkackt Sorry Leute Mann Fahre mich tatsächlich irgendwie, ob ich den Revolver Komplett erstmal leer schießen muss, irgendwie Oder ob der die restlichen Wegschmeißt, die er drinnen hat Nur um nachzuladen Das wäre mal gerade so In den Sinn gekommen, die Frage Wäre blöd Wäre echt blöd So, wir könnten aber eine Blendgranate bauen Das tun wir Gebastelt So So, ich musste mal irgendwo wieder speichern Warum ist er denn jetzt auf die Flamme versprungen? Benni, der ist nur für dich So, zups Schlafquartier Das sind aber tolle Quartier Ja, so sieht's aus Mutti Da hielt erstmal die Doppelkartoffel an meinem Buddy Benny raus hier Was ist das für Hunde? Oder für Menschen? Okay, also wir sind relativ nah schon Tatsächlich Müsst mal gucken, wenn wir jetzt hier rausgehen So, hier ist aber keine Tür, ne? Hier noch vielleicht Wie kommen wir da rein? Vielleicht durch das Hotel, ne? Okay, wir machen es durch das Hotel Okay Look at the Hotel California Okay, okay Okay, okay Warte Hier ist richtig, wa? Ne Ich bin jetzt gelaufen gerade Hier Aus der Bankhaus Hä? Hä? So, war hier schon drin? Ach, und hier kommen wir in die Rinnen Ach, das ist ja blöd So, haben wir denn hier oberen Wo? Gut Rufen wir auch nochmal hier nach Echt jetzt? Das ist okay Gut, wir müssen also nach unten Verstehe Wir müssen ja nach unten Nur mal fliegen Die Gefahreneindämmungsstufe auf Sebastopol Wurde kürzlich erhöht auf Omega Ja, bitte warten Sie auf weitere Anweisungen Omega Und da machen wir es ja nicht mehr Jetzt können wir nochmal schauen Wunderbar, konnten wir nachnehmen Schön Interessant ist, dass man die Türen jetzt nicht mehr so richtig ankennt Ob man sie öffnen kann oder nicht Das ist natürlich auch schon Witzig So, okay Und er sagt jetzt Das Tor öffnen Jetzt können wir erstmal Schnappen uns hier die Karten Oh Oh Okay Witz hat's wohl Entschärft Rest in Peace, ja. So, und jetzt kann ich werbisch ja basteln. Fiep, fiep, fiep. So, und haben wir. Schön. Achtung! Apollo hat hier fallen eine Trufe auf Omega an der Welt. Danke. Gut, dann kann man es auch hier vorne rein. So, das ist ja ein einziger Irrweg hier, ey. So, jetzt lofig wie ein Volk herkommen wird. Waits out of order, ja. Waits war müde. Ein bisschen Bubu gemacht. Ah, guck mal, jetzt zieht die Tür auf ihn. Die auch schon Feuer auf ihn. Schön. Äh, das sieht da irgendwie alles gleich aus für mich. Ja, tatsächlich, man verliert hier sehr schnell die Orientierung, ne, irgendwie. Aha. So, diese Tür ist jetzt also offen. Dieses Haus ist nun gereinigt. So, zack. Rechte Maustaste. Äh, doch hier erst. Please open up. Äh. Folgen Sie mir bitte. Schon ein bisschen witzig. So, Elektroschocker. So, ich muss sagen, der Elektroschocker ist tatsächlich sehr effektiv, irgendwie. Ne, in Kombination mit dem Schnitzel... Klopper? Wie gut. Wie gut. Klar, wo kann ich unterschreiben? Was ist das? So. Waren wir hier? Wir waren hier auch schon mal, ne? Irgendwie. Versorgungskorridor, Versorgungskorridor. Ah, wie jung war ich. So. Aber, wie gesagt, es, äh, hochwendet ihr ihn jetzt nicht am Start ist. Trotzdem, spann ich, muss ich sagen. Wir ziehen hier hoch. Muss ich jetzt hier klettern? Och man, ich kann nicht klettern. Echt jetzt? Ist doch nicht dein Ernst. Amanda. Oh, Pamkan. Pamkan. Uh. Wir haben sie nachladen hier. Eine Patrone? So großzügig. So, kurz irritiert. Gut. Ich bin noch ein bisschen schwer vom Begriff hier. Sorry. Schwupp. Schwupp. Auf einer Hiwi ist immer verdacht. Jeder Hiwi-Zytid wird bei Sixen vor Aktivierung einer Vielzahl an Sicherheitskontrollen unterzogen. Denn wir wissen, dass wir Maschinen bauen. Nicht Menschen. Sixen. Morgen. Gemeinsam. Sixen vielleicht so ein Anagram zu Skynet? Also ist er nicht, aber, ne? Sieh da Verbindung. Sieh da. Parallelen. Hmm. Hm. So wenn ich jetzt hier rinkletter. Medusa Ink. Oh. Medusa Ink klingt als wäre auch ein cooler Name für ein Tattoo-Lahn. Medusa Ink. Ein Euro-Palettenbeweger? Ja, so sieht's aus. Aber muss man mal sagen, irgendwie recht wenig Euro-Paletten in diesem Game. So, okay. Oh, nice. So, hier haben wir noch mal diese geilen Abdeck-Hauben. Und haben wir wieder am PC. So, was ist dein Plan? Hey, Mart. Vermutlich hast du mittlerweile von der Stilllegung der Station gehört. Was ist dein Plan? Ich hab ein paar Kontakte, die mir Arbeit verschaffen können. Ich kann dir nichts versprechen, aber vielleicht finden die für dich auch was. Die haben mit der Schließung der Geschäfte in der Galerie angefangen. Dein Laden ist noch vom letzten Jahr zugenagelt. Tut mir leid, dass du ihn verloren hast. Bei dir klebt das Pech. Hörst du noch von Margaret an die Kinder? Vielleicht solltest du sie besuchen, wenn du von Sebastopol abhorst. Sag Bescheid, wenn ich mich für dich umhören soll. Gillen. Dann will ich schon mal hier lesen. Ich hab mir so ein bisschen bekannt vor. Blüht. Bleib, bleib. Wir müssen diesen automatischen Hausmeister irgendwie ausschalten. Sie gefährden die Sicherheit. Wenn immer die mit der Putzrunde drehen, besteht das Risiko, dass sie der Kreatur einen Weg öffnen. Oder Plünderer reinlassen. Oh Gott, jetzt haut die Zunge ab hier. An alle Einwohner der Sebastopol. Die Stilllegung der Station ist im Gange. Bitte lesen Sie und beachten Sie folgende Punkte. Ein Verbesserungsteam befindet sich auf der Sebastopol, um den Stilllegungsprozess einzuleiten. Bitte zeigen Sie sich ihnen behilflich. Wir verfügen über ausreichend Nahrungs- und Medizinvorräte. Die Flugbahnänderung des Versorgungsschiffes hat keine Auswirkungen auf ihre Lebensqualität. Sollten die Vorräte dennoch zur Neige gehen, kann es zu Rationierungen kommen. Voraushaltungen und illegaler Handel wird nicht geduldet. Bitte melden Sie die verdächtigen Aktivitäten den Sachsen Sicherheitsdienst. der in Zusammenarbeit mit den Colonial Marshals Nachforschungen anstehen wird. Ein Unterbringungsdienst für die Bevölkerung wurde eingerichtet. Wir unterstützen Sie gerne beim nächsten Schritt. Tragen Sie noch keine Kosten. Benötigen Sie finanzielle Hilfe, empfehlen wir den sechsten Kreditdienst. Die Stilllegung ist endgültig. Wir müssen umziehen, Sie müssen umziehen oder mit einer Zwangsräumung rechnen. Ich habe vor ungefähr 24 Stunden im Galerie-Einkaufszentrum Lager aufgeschlagen. Die Menschen hier, sie haben Angst, aber sie glauben noch immer, dass Marshall Wades die Kreatur töten wird. Andere Gefahren scheinen Sie vergessen zu haben. Sie haben sich selbst vergessen. Die Menschen wenden sich gegeneinander für Nahrung, Wasser. Ich kann nicht hier bleiben. Naja, wenn halt natürlich die dünne Decke der Zivilisation bricht. Geht's ums Elementare. So, wie schaut's denn hier aus? Wo sind wir denn hier? Ah, hier nochmal Europalettenheber. So, ein Penner. In dein Gesicht. Stopp, bevor ich jetzt, ja, hier ist eine Leiter, hier eine Treppe. Bevor ich jetzt hier runterstürze, weil ich den jetzt einen Weg zurück muss, weil sie nicht klettern kann. So, geht's hier rein. Auf geht's. Ah, und schon sind wir vom Büro. Naja, das heißt schon. Wir sind im Büro. Heißt aber auch, dass wir hier nicht allein im Büro sind. Wollte ich jetzt mal sagen. Weil, Waits ist ja von irgendwas getötet worden. Oh, shit. So. Diesen Speicherstand widme ich nur mir selbst. Safe for Steve. So, was macht denn eigentlich hier Morley oder wie er heißt? Morley ist weg. Schön. Okay. Ist gehauen. Ja, man muss sich selbst auch mal was können. Da hast du absolut recht, Jojo. So, dann bin ich gespannt, wo Waits ist. Waits! Waiti, 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 waiti. Wieso? Spägt er noch mal? Hat der Schnee um? Waren wir an den schon überall dran? Äh, ich glaube, ja, das sieht so aus. Ja, waren wir schon. So, hier können wir nichts mitnehmen. Wenn ich Entwickler wäre, würde ich mich irgendwo ganz klein an ein Fenster stellen und dann so einfach so schöne Dissertros machen irgendwie. So, hier jetzt noch runter. Aber tatsächlich würde ich erstmal kurz mal gucken wollen, wo meine ganzen Buddies sind. Wahrscheinlich hier, ne? Oh, er lebt noch. Wahrscheinlich ist er gewesen, der Freidreder. Na, Kumpel? War eine geile Party. Ripp, sie sind alle tot. Die Androiden haben sie abgeschlachtet. Warum? Warum zu hell? Ich habe keine Ahnung, aber Samuels weiß glaube ich mehr. Samuels? Warum? Er sollte für Waits auf Apollo zugreifen. Ich muss ihn finden. Haben sie Taylor oder Marlow getroffen? Nein, nein. Ich sind nicht hier. Okay. Ricardo? Ricardo, wenn ich nach Samuels suche, können sie hier den Laden schmeißen? Ich brauche Augen und Ohren. Ich werde nicht hierbleiben. Ricardo, ich brauche ihre Hilfe. Können sie auf der Station bleiben und mir Deckung geben? Ricardo! Ja, okay. Selbstverständlich. Warten Sie dort, verschließen Sie die Türen und lassen Sie niemanden rein. Passen Sie auf mich auf. Ich komme zurück, um sie zu holen. Samuels, wo ist denn Samuels schon wieder? Okay, gut. Schon relativ direkter Weg. Das geht gut. so. So. Warum ist denn der direkte Weg immer zu? Wieso? Was macht das denn für einen Sinn? Das ist doch Putsch, Denker. Okay. nein. Schade eigentlich. Wie gesagt, ich finde es fast ein bisschen zu schade. Ah, ich bin immer weg. Muss mal umfrüh raus. Tschüss. Mach's gut, Jojo. Schön, dass du da warst. Jojo, ich glaube, du folgst uns ja auch auf Insta, ne? Irgendwie da, auf Insta wirst du auf jeden Fall sehen, wann wir weitermachen oder wann wir weitermachen mit dem Projekt. Ja? Ansonsten wünsche ich dir erstmal einen schönen Start ins Wochenende, meine Liebe. Schnulli-Loo. Ja, ja, Mutti. Na klar. Ist doch, äh, haben wir doch Hammer, Soja, äh. Hahaha. Echt, Mutti? Wir haben das doch bei uns da auf den ganzen Socials drauf und, äh, äh, bei den, äh, äh. Also, ich, ich, ich bin immer von aus, dass du das bist, Jojo, irgendwie. Ähm. Ich bin immer von aus. Hab ich mal einfach mal so. Gedacht. Ne, ansonsten findet ihr natürlich auch von der, von der, von unserer YouTube-Seite aus, aus dem, aus dem Header direkt, ähm, äh, zu unserer Insta-Seite. Ähm. Ja, ich muss mal hier mit Benni noch diese ganzen Shoutouts irgendwie einstellen, irgendwie. Äh, dann könnte man das jetzt einfach so hindroppen. Dieser ganze neumodische Schnickschnack. Boah, die sind alle tot. Alle. Kinder, nee. Das ist gut, Jojo. Oh, shit. Na nü. So, den Schocker halt nur drinne. Der Rest ist schweigen. Oh, der Rest ist schweigen. Ja, tatsächlich, ähm, also, wir machen es eigentlich immer so, dass wir, äh, auf unseren Social-Kanälen, also, wir betreiben Insta, so ein bisschen, irgendwie, und, äh, äh, Facebook. Und bei Facebook merkst du halt tatsächlich, Mutti ist da immer, äh, 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 echt sehr aktiv und, 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 und lässt Likes da irgendwie. Aber ansonsten haben wir so gut wie gar keinen Response irgendwie über, über Facebook. Also, da hast du tatsächlich ein bisschen mehr Feedback über, ähm, Insta. Ähm, deswegen droppen wir da zum Beispiel jetzt halt so neue Projekte oder wann es halt spontan live in den Livestream geht oder so, damit es halt nicht ganz so überraschend ist, äh, ne. Also, zur Not schaut mal ruhig vorbei irgendwie und, ähm, ja, würde uns freuen, ihr Lieben. Habt sowas. Ja, muss man ja auch nicht, Mensch. Also, wie gesagt, Kernplattformen ist ja halt immer noch YouTube irgendwie und, äh, natürlich jetzt so ein bisschen Twitch noch irgendwie. Aber, man muss auch nicht jeden irgendwelchen Schnickschnack mitmachen. Also, was weiß ich so, TikTok und so ein Krempelpub haben wir alle nicht irgendwie. Twitter haben wir zwar. Oh, warte mal. So. Save jetzt mal kurz für Jojo. Zum Schuss sagen. Und, ähm, ja, tatsächlich irgendwie, also, du brauchst, irgendwann brauchst, du kommst doch ja nicht um, um Leute drumherum, die sich da tatsächlich professionell mit beschäftigen, den ganzen Tag. Weil wir machen das alles so neben der Arbeit irgendwie. Und neben dem normalen Leben, was wir halt führen irgendwie, und da kannst du halt nicht alles bedienen und kannst nicht überall da rumheiern irgendwie und das funktioniert einfach nicht. Deswegen, man nimmt sich einfach so ein bisschen Kern, Kernelement raus irgendwie. Oh, das ist YouTube, das ist Twitch, ein bisschen Insta. Also, vielleicht, muss reichen, ganz einfach. So. Finde ich gut. Auf Facebook, äh, überlesen wir immer viel, weil da zu viel Kram von Werbung und sie da kommt. Ja, absolut. Ja, das ist eben das Ding. Du wirst halt einfach mit zu vielen Sachen voll gespandt. Irgendwie. Und dann, keiner scrollt ewig runter. Macht man nicht. So, und dann, die Benachrichtigungssystems ist auch nicht unbedingt das effektivste bei Facebook. Aber ja, alles gut. Alles gut. Mutti voll zu sein in meinem Hobby, vor allem glaube ich, die Postle. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ricardo, Sie müssen sich konzentrieren. Sie haben jetzt das Sagen. Das Sagen, das Sagen über was? Ein Raum voller Leichen, das ist doch alles absoluter Unsinn. Konzentration, Ricardo. Wenn Samuels mit Apollo kommuniziert, kann er die Androiden abschalten. Und dann ist alles vorbei. Das ist ja super. Wo ist denn Samuels? Oh Gott, du musst ja nicht schön rauskrollen, um Samuels zu sehen. Also, wo ist Samuels? Äh, nein, ich möchte nicht wieder durch die Krankenstation. Da möchte ich nicht hin. Ricardo flippt geradeaus. Ja, das ist... Ich aber auch. Oh, wenn da mal hinter uns ist noch irgendwas? Wahrscheinlich eine Karte, ne? Irgendwas kann man hier nehmen. Laut... ...der Karte. Hä, wie geht's blöd damit? Hier ist doch was zum Nehmen. Hier ist doch ein Device. Alles klar, das ist die Karte. Ähm... Gut. Den Aufzug zu Sixth and Synthetics. Also, man läuft halt wirklich echt die Strecken viel, viel häufiger ab, irgendwie. Zweifach, dreifach. Okay. Gut. Jetzt wurde richtig. So, lass mich raten. Oh, hier. Oh, hier kommt mal so herrin. Na, schau mal. Toner Littchen, du. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ricardo ohne Wohlbefehl darf. Ja, na so, aber... Genau. Ich will den Job gar nicht haben. Das ist einfach mal schön, den Deputy zum Sheriff gemacht. Ja, aber auf der anderen Seite, ne? Was in der Situation, was willst du da machen? Alter, ich glaube, da wäre jeder halt durch den Wind, ne? Irgendwie durch den Wind. Ganz soft. Und ich frage mich, wann das ehrenweil kommt. Weil... Ich kann mir keiner erzählen, dass das weg ist jetzt. Das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. TikTok sehe ich bei Arbeitskollegen auf dem Handy in der Mittagspause. Nach fünf Minuten bin ich immer durch wegen der Masse und unsinnigen Input. Das ist eben das Krasse, ne? Irgendwie bei TikTok hast du halt einfach das Problem, irgendwie, du konsumierst einfach so stumpf drin. Irgendwie. Ich hatte bei mir auch mal... Bitte? Ich hatte bei mir auch mal TikTok drauf irgendwie. Ich musste irgendwann runternehmen, ne? Weil du halt einfach irgendwie, du hast... Machst mal TikTok auf... Oh, wo sind die letzten zwei Stunden hin, bitte? Das ist total krass. Irgendwie. Und einfach so als Selbstschutz muss ich das mal runternehmen, ne? Weil du halt einfach... Also, das Hirn schaltet dabei auch aus. Du swipest einfach nur so. Das ist halt wie die Shorts von YouTube. Das ist nichts anderes. Ja? Und da muss man sich dann halt immer fragen, irgendwie so, wird's, wird's, wird's... Vor allen Dingen, was hat man sich so die letzten zwei Stunden angeguckt? Na? Oder jemand in eine halbe Stunde oder irgendwas. Okay. Das ist nicht der Weg. Ich muss nach vorne durch. Okay. Das ist nicht der Weg.